Hallo Lieben, ich zeige euch mal was ganz tolles ohne Worte. Hammerhart, da kann man nichts mehr zu sagen. Aber es gab noch was anderes und zwar Honig und Milf. Wo ist Honig und Milf? Das unten ist da. Ich muss jetzt schon lachen. Da guckt euch das mal an. Wieder der Kussmund und da unten, Honig und Milf. Hammerhart, ne? Da ist noch so ein schönes sexy Zeichen mit drauf. Hast du schon probiert Honig und Milf, Sascha? Nein, nein habe ich noch nicht. Warum nicht? Weil mein Mutter gerade hier ist. Die Leute fragen immer warum du nicht in meinen Videos mehr erscheinst. Da ist er. Er lebt noch, er lebt noch. Train hard, viel gut, ne?